Keine Angst. Keine Rewards. Keine Angst. Hast du gehört, was er gesagt hat? Keine Rewards, Scherke. Keine Angst. Wer? Mein Kapitän. Das hörst du dir. Ist das ein Paradies? Guten Morgen, Jagos. Hallo, Jag-Jagos. Rech, Jagos. Ah, Remorse steht da drauf. No. Da steht es doch auf der Seite drauf. Was heißt denn das? No dipht. No dipht. Ah, no duty. No duty. Was? Nein. Nein, no. Was steht denn da drauf? Scherke, rechts am Arsch. Hast du das lest? Äh, was? No remorse, no fear. Ach, die komische Schrift. Also das ist halt dieses... No fear, no... Remorse, no... Ja, keine Ahnung. Das ist ein I? Chat, chat, chat. Hey, chat. Warhammer-Fans. Könnte das jemand lesen hier? Pity. Pity wird es heißen, oder? Ah, jetzt schreibt es auch Schienenersatzverkehr. Ach, fuck. Ja, super. No pity. Okay. No pity. No remorse, no fear. Ah, die Schiffe sind zumindest halbwegs gelungen. Er hat immer Geschmackssache, ne? 見ereine Tasche kennt's. Es tut mir leid, ich habe es nicht mehr rechtzeitig gedreht. Oh shit. Warte mal kurz. Die Zeiten. Wie gesagt, kein Mitleid, ist schon klar. Die Zeiten, ne? Ekelhaftes Ding. Eigentlich wollte ich die ja jetzt fahren, aber zum Glück bin ich nicht gefahren hier. Das ist so scheiße hässlich. Ich werde dieses Schiff boykottieren wegen seines Aussehens. Ich bin ansonsten nicht so oberflächlich, aber dieses Mal... Kann es sein, dass da gar nicht so viel kommt? Fluffy Power! Na, komm ich näher ran. Lodl, dankeschön! Nein, schon für deinen Follower, herzlich willkommen. Das Problem ist, dass wir denjenigen Garpel halt richtig angepickt haben. Ja, weil... Ja, keine Ahnung, weil... Ich glaube, zur Anke ist die gegnerische Taschkind auch nicht gerade. Warte, die hältste Nudel auf dem Schneidbräufe. Die muss jetzt halt raus. Aber die ist fast. Das ist zu wertvolle Herausforderungen! Hast du schon gelesen, was von auf der Krust draufsteht? Wo weiter vorne oder was? Ganz vorne. Death is our duty. Ja gut, das schon. Das sagt er auch die ganze Zeit hier, das Luder. Erst sehe ich deine YouTube-Videos und jetzt finde ich dich auf Twitch. Hallihallo. Anbekommen. Das ist dasselbe wie bei den Videos. Wir fahren nur ein bisschen rum. Oh, wir fahren aber hier ein bisschen weg, Sharky. Was hältst du davon? Weil da ist alles. Wir sind wahrscheinlich nicht. Gut, wenn Sharky einmal mitspielt, mit sagt, was er macht. Dann muss ich mehr auf die Karte schauen, Sharky. Du weißt, ich schaue so gut wie nie auf die Karte. Lass mal hinten wieder sein, dass ich schaue. Oh, der ist einfach unspielbar mit den Lags. Ja, eben Geistermeere. Ohne... Ohne... Fabienne kannst du das einfach vergessen. Brutal. Wie gesagt, scheiß Knotenpunkte draus in Deutschland. In 20 Jahren wird sich Magenta sicher drum kümmern. Ah, das ist schön zu hören. Ich hätte eigentlich müssen mehr Tutorials machen jetzt in der Zeit, wo ich frei hatte letzte Woche. Bisschen mehr. Aber irgendwie... Man kennt das ja. Alter, der Typ schlabert ein bisschen zu viel hier. Dieser Kapitän. Winstern. Viel Spaß beim Frühstück. Oh, Frühstück war jetzt geil. So, Sharky, wir bekommen von der Mitte noch Besuch. Ja, alle Kapitäne, die so viel sprechen, sind ein bisschen nervig. Ohne, Georgia kommt auch noch Sharky. Vor dem? Vor dem Mitte. Vor dem Mitte Mitte. Aber die Zeiten kriege ich jetzt gleich. Hoffentlich. Ich oder jemand anderes, aber... Ja, Bäm! Außer Dasha. Ja, aber Dasha sagt auch nicht so viel, oder? Ekelhafte. Töte Baltimore dahin. Sehr gut, jetzt mit, ach jetzt dreht sie ein. Mit 3 Feuern kann man die Georgia gut bekämpfen, aber danach müssen sie einfach zuerst dezimieren und dann müssen wir uns die Caps holen. Komm, gib doch mir ein paar Brände oder sowas, warum schieße ich denn die ganze Zeit hei? Damit jemand anderes die scheiß Brände machen kann. Na, Schach, ich sehe da noch richtige Helfias. Ja, ein guter Ausgewicht. Fluffy Power. Oh, Nitro, danke für deine Follower, herzlich willkommen. Diesen schönen dritten Event, ach, was macht bis jetzt strecken? Wie lange haben wir gestern gemacht, bis 3 oder so? Ja, sowieso. Ach, das ist schwer. Ich habe mich noch auf die Caps gelegt, habe mir noch eine Doku angeguckt, über die Krieg der Feigland-Inseln und dann bin ich noch nie eingeschlafen oder wo. Was war das? Argentinien gegen England, oder? Ja. Hm. 80er Jahre? Oder täuscht das? Ich weiss gar nicht mehr. Es gibt viel zu viel Geschichte. Viel zu viel Geschichte, viel zu kleines Gehirn. Hallo Rolf. Pisch, auch dir einen wunderschönen dritten Advents. Genießt die Zeit. Zwei Wochen ist Weihnachten. Freue ich mich drauf. Werde meine Familie besucht. Fluffy Power. Fluffy Power. In diesem Wochenende gibt es keine Streams für den Weihnachten. Fluffy Power. Oh, was ist los? Fluffy Power. Das ist... Fluffy Power. Du hast das schon gemacht, diesen Monat. Fluffy Power. Vielen, vielen Dank für fünf verschenkte Subs. Was zum Teufel. Brutal. Das hast du doch schon gemacht. Weiß ja nicht mehr. Wir haben das abgesprochen. Einmal ist okay. Aber nicht öfter im Monat. Kannst du dich noch erinnern? Böse Torswahl. Oh, shit. Ah, die Chappe hier öfter. Böse, böse. Aber trotzdem vielen lieben Dank. Oh, shit. Das war's. Oh, close enough. Ja, Klingelingeling. Ganz genau. Hallo. Nein, er kann nochmal schießen. Stirb. Er heilt. Nein, 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 nein. Gott sei Dankeschön, Torswahl. Aber zu viel. Das sind uns Summen. Zu viel. Man kann keine Limits einstellen. Nein, nein. Nichts. Das ist die Zite noch da. Jetzt ist die Ziten noch da. Ich frage mich, wo sich die Chapair versteckt. Bin offen. Ärger. Doppelfeuer. Nur kein Feuer, nur nichts Phantaziten. Dein Lieblingsschiff habe ich gehört, die Mainz, der Lieblingsschiff jetzt nicht unbedingt. Ach, die Zieten, die Zieten sowieso, die habe ich gefressen. Ich kann es nicht brennen lassen. Nein, das Feuer. Okay. Was ist da los? Hilf mir. Töte die Chapair, Gier tötet Prime. Fluffy Power. Fluffy Power. Oh, Gloony, danke schön für deinen Z почanes Prime. Vielen lieben Dank. Dankeschön nochmal an Tors Wall, an Clooney, an Durrty Harry und nochmal an Durrty Harry. Danke schön. Die heutigen, finde ich eigentlich. Uff. Ah, das ist schön, ey. Aber es ist ein Sieg. Aber die Cross of Thorn. Death is our duty. Sagt sie. Das hat sie geschafft. Maler, die zieht nur aus das hässliche Dreckschiff. Das ist nur gut, wenn es wegfährt. Ich bin kein Freund von diesem Schiff. Weiß ich nicht, hab ich noch nicht. Ich bin nicht. Das sieht aus wie der Superstorn zerstörer. Wenn du den Stream anhast, dann kann ich dir das im Hafen zeigen. Mega hässlicher Apparat. Werde dieses Schiff nie fahren. Vielleicht verkaufe ich es sogar, damit ich nicht in Versuchung komme. Man weiss es nicht. Das ist möglich. Ah, shit. Ich habe vergessen. Fluffy Powered. Kilo Maus. Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen. Kilo Maus. Untertitelung des ZDF, 2020